Niki ist bei dem Fußpfleger. Dr. Niki? Ja. Wann habe ich den Mustard oder hab? Nicht wieder rein. Hat die Michelle gerade abgetrocknet. Nicht wieder rein. So. Schöne Handschuhe. Schöne Handschuhe, ja. Ich hab nur Dr. Niki drauf. Keine Angst. Zeig mal den Fuß vorher. So sieht er jetzt aus. Flank. Und gleich ist der Dr. Niki wieder schick. Da wird schon schick gemacht. Ich bin immer schick. Ja. Meine Füße. Der Niki ist jetzt fertig. Jetzt zeigen wir noch mal die bildschönen Füße. Wie wunderbar die Michelle das gemacht hat. Kann ich nur empfehlen. Sehr schön. Turnstraße 5 in Quedlenburg zur Fußpflege. Ja. 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 Ja.